Oh, 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 oh. Schau, was wir hier haben. Mein Great-Ace-Stalker oder was? Siehst du diesen gebliebenen Weg durch die Forst? Was ist da? Der Schamane ruft die Leute. Okay. Den Schamanen muss ich zuerst platt machen. Und da läuft seine Runde. Oh, der Jäger. Nee, ich muss erst mal die Leute verteilen. Kommt mal her. Kommt mal her. Und jetzt verteilen. Also kann ich mich hier verstecken. Oh, da ist noch einer. Dann du kannst... Kannst dich vielleicht hier verstecken. Und tue... Schwierig. Hm. Speichern wir mal. Ist da jetzt schon... Ach so, da hatten wir gleich gespeichert. Okay. So, Schamane. Na los, zeig dich mal. Da bleibt er stehen. Aber diesen aller Blick. Und der hat viel. Oh, der hat richtig viel Leben. Puh, hat er viel Leben. Und jetzt... Dort geht er... Dort bleibt er stehen und dann geht er zurück? Ja. Okay. Hm. Ist spannend. Mal gucken. Ich mach mal Hinterhalt. Nee, ich mach mal Kampf verlassen. Ich mach erst Hinterhalt. Wenn er... herkommt zu mir. Ja. Ah, jetzt geht er hier rum. Nee, warte. Jetzt geht er aber nicht mehr auf die Seite. Na komm. Jetzt müsst ihr zwischen den Autos durchgehen. Und dann auf der rechten Seite in mir entgegenkommen. Ah, das war bald. So sieht er mich. Nee, das war echt blöd. Ja, da sieht er mich. Schwierig. Ich wurde noch nicht geordet. Aber wenn ich jetzt so los... Nee, dann sehen sie mich alle. Das ist... Boah, ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Ich bin eigentlich schon tot. Ich geh mal hier her. Und jetzt schieß ich den mal ab. Ja, der Feind hat mich gehört. Aber wer ist jetzt dran? Treff ich den... Von hier? Nee. Was steht da? Außer Reichweite. Außer Reichweite. Aber ich habe mich schon einbewegt. Hm. Beim Schleichen wurde ich entdeckt. Hm. Und das ist auch aus Reichweite wahrscheinlich. Ja. Das muss ich nochmal machen. Das funktioniert so nicht. Hm. Hat ihm gar nichts abgezogen, wa? Achso, das war eine Rauchgranate. Halt! Na, was machst du? Kill the woman! Ah, der Rentner weg. Und ruft gleich Verstärkung. Nee. Nee. Das müssen wir nochmal probieren. Äh, 1713. So geht's nicht. Also machen wir das nochmal. Aber irgendwie anders. Schwierig. Der darf die Verstärkung nicht rufen. Ich muss gucken, wie weit der läuft. Warum sehe ich jetzt die Rad hier nicht? Ah, jetzt. Der bleibt eigentlich, dachte da, in dem kleinen Busch, rechts neben dem Auto stehen. Das ist eine gute Position, glaube ich. Ja, das ist eine gute Position. Okay. Ja, aber er lebt noch. Ah, ich krieg noch nicht tot. Ah, ich krieg noch nicht tot. Und jetzt läuft er Entdeckung. Ja. Mist. Ich krieg ne nicht tot. Gut. Ich muss vielleicht näher ran. Okay. Also schon recht tricky. Weil gegen die Massen habe ich ja keine Chance. Ich muss den zuerst wegplatzen können. Und wenn ich hier hergehe... Na los, wo gehst du jetzt hin? Ah, der Radius ist zu groß. Der Radius ist zu groß. So, jetzt bin ich mal in den Hinterhalt gegangen. Jetzt steht er mit dem Rücken zu mir. Alarmiert neue Einheit. So treffe ich ihn nicht. Ah, mal sehen. Ja, es ist aber nicht viel Schaden, was ich da mache. Und was ist mit der Waffe wechseln? Die macht drei... Fünf. Die macht vier. Okay. Also ich wähle die mal. Ah, es war halbwegs okay. So, du. Du machst wie viel Schaden? Uah. Und jetzt brauche ich noch... Wie viel? Fünf war denn das? Drei, vier, fünf. War cool. Ah, es reicht nicht. Muss ich näher ran? Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Was bedeutet denn das durchgestrichene... Mal gucken, ob ich da noch schießen kann. Ja. Nee. Waffe wechseln. Uh, uh, uh. Das könnte gut aussehen. Jetzt wird es Spaß gemacht. Mist. Wegen einem komischen Punkt. Nee, komm. Das gibt's doch gar nicht. Wegen einem Punkt. Vielleicht muss ich da auch nicht durch. Das ist vielleicht noch zu schwer. Mal gucken, ob ich nach... Mal mal die Route angucken, ob da... Aber ein Punkt. Puh. Oder ich müsste vielleicht noch mal zu Eden zurück. Und meine Waffen upgraden. Hm, 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 hm. Gucken wir mal die Waffen an. Das ist die Pistole, die macht vier Schaden. Ja, die hat halt keine besonderen Waffen, ne? Die hier macht vier und fünf und vier und sieben. Und er hier... Sechs und acht und vier und sieben. Hm. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Die Position da vorne ist schon ganz gut. Gucken wir erstmal, wo wir... Naja, das ist schon die Absturzstelle. Genau da müssen wir hin. Das ist schon sehr trickreich, die Sache. Vielleicht, wenn ich mit... Mit dem hier... Weiter nach vorne gehe. So, äh, nee. Schlechte Positionen hat, ja. Ich da hingehe. Hm. Zieht nicht viel ab, ne? Sechs Schaden. Spilt. 100 Crit Chance. Ja, und Waffe wechseln. Vier Schaden. Ne, das reicht nicht. Die macht nicht so viel. Oh, wie soll ich das denn machen? Hm, ich lade nochmal. Und gehe erst nochmal kurz in die... In die Arche. Mal sehen. Wie das klappt. Ob ich dort die Waffen upgraden kann. Und der ihren... Ah, ich kann vielleicht der ihren Sonder... Die hat ja hier so ein bisschen... Sonderrechte. Aber wir gucken mal, ob das funktioniert. Also, ich gehe mal zur Arche. Ja. Dann... Versuche ich mal, die Waffen ein bisschen zu erhöhen. Und dann kann ich bestimmt zur Hochstraße zurück. Ich bin froh, dass du diese Mission hast. Um zu finden, um zu finden, um zu finden. Und als du in die Zone gehst, Fragen werden in deinen Kopf herausfinden. Du fragenst, wie diese Welt wurde eine Wasteland. Ich erzähle dir. A long time ago, a strange disease sprang up in a city not too far from here. A vicious disease. The eyes of the victims would go red. They would bleed from their ears. Hence its infamous number bloom, the Red Plague. Within 40 years, the plague destroyed most of the human race. A quick rake of death, scraping across the face of the planet. It was nature's revenge. Revenge against the greed, the arrogance, the egos of humans who thought they were gods. We call these fools the Ancients. We don't worship the Ancients like the madman in the zone do. Because our salvation doesn't depend on false gods who live in the heavens. It doesn't depend on the mirage of paradise beyond the zone. Our salvation depends on us. Us means humans and mutants together. And as two of our resident mutants, I bet you wonder who you are. Where you come from, I wonder too. We all do. When I found you in the zone, you were shivering, naked, memories completely wiped. We took you in, taught you, and now you serve us as our hunters, our trackers, our warriors. We are indebted to you, stalkers. Never turn on each other. Hear me? Alles klar, ich hab dich verstanden, Joachim. Very well. Remember, your elders' guidance. Vielen Dank. Basteltrube. Heard you met some of them ghouls in the weird outfits out there? They call them shamans or something. Their screams alert nearby ghouls and send them running straight for you. Next time you see a shaman, shut them up before all hell breaks loose. Danke für den Hinweis, das hab ich schon rausgefunden. So. Oh, ich hab 49. Ach, das ist automatisch auf sowas steht da. Kann Deckung zerstören, wefst Gegner zurück. 7, 9. Das ist 8, das ist denen seine Waffe. Ja, ja. Ähm, die anderen Waffen. Die hier. Schadensmodule. 20% gründere Waffenrechweite, ein zusätzlicher Grid-Schaden, 20% gründere Waffenrechweite. Robotische Gegner zu deaktivieren. Das packen wir mal rein. So, was hat die gute noch? Ach, das ist die Waffe von ihr. Das hat sie automatisch drauf. 5, 6. Na ja, ob sich das lohnt. Ach so, die hat ja noch die andere Waffe. Oh, die Streitkanone. Ach, die hat nichts weiter. Ich glaube, wir packen, wir machen hier, hier machen wir Stufe 2. Plus ein Schaden, Stufe 2 plus ein Grid-Schaden. Die Donnerbüchse. Ne, sicher bin ich mir nicht, aber ich mach's mal. Und jetzt, äh. Stecher, Stecher. Die Streitkanone. Kann ich nicht irgendeine mal die zerlegen? Was krieg ich denn dafür, wenn ich die zerlege? 5, 8. 4, 7. 4, 7. Ich glaube, der hier behält ja die Donnerbüchse immer. Also könnte ich mal gucken, ob ich die zerlegen kann. Ausgerüstete Waffen können nicht zerlegt werden. Und wie kann ich's da? Hm. Ja, bitte. Ähm, wie kann ich's denn weglegen? Ähm. Entfernen. So. Dann gucken wir mal, was die jetzt ergibt, wenn ich die zerlege. Hi. Wenn du hier bist, um zu holen, um zu holen, dann wurde es ausgerüstet. Aber wenn du willst, dann aufgeregt. Typical Standard Issue, MedPak. Ja. Was kostet das denn? Ich hab 92. Ich hab so viel Zeug eingesammelt und... Puh. Mann. Rohrkanone. 5, 6, 10. Das Vizier hat sie alle. Naja gut. Ja, tschüssi. Pips Bar. Haben die noch was für mich? Welcome to Pips. Artefakt-Punkte. Zwei hab ich verfügbar. Verlängert. Verbluten. Schaltet ein zusätzliches Granatslot frei. Gewährt 20% Rabatt. Hm. Verbessert Medik... Medikits um drei Treffer. Und jetzt komm ich theoretisch... Ah ne, ich muss alles erst freischalten. Okay, jetzt hab ich Mollos und... Das Verbluten. Alles klar. Ja, tschüss. Die Zone. Jetzt probieren wir's nochmal. Jetzt haben wir ein bisschen... Zwei, drei Schadenspunkte haben wir jetzt so hoch gemacht. Und jetzt könnten wir vielleicht das Schaffen was sehen. Vielleicht... Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier richtig sind. Gucken wir mal. Ja. Wenn wir Glück haben, dann... Schaffen wir's jetzt. Ach so. Zumindest... Vielleicht diesen Schamanen wegzumachen. Alles andere ist natürlich... Ja, ich blaufe schon wieder falsch. Oder? Ach, ich muss da irgendwo hochklettern. Ja. Ja. Es ging, glaub ich, in die Richtung und dann irgendwo hoch. Ja. Genau. Jetzt bin ich gespannt. Ich glaub, ihre Waffe haben wir aber nicht abgegradet, ne? Hier sind sie. Ich glaub, wir gehen erstmal ein bisschen in die andere Richtung. Gucken, ob wir da irgendwie... ...irgendwie... ...vleicht ein... ...irgend einen wegmetzeln können, ohne dass es jemand merkt. Das könnte vielleicht gut gehen. Ich hab das. Okay. Schlechter Stufe 10. Scheiße, zurück. Zurück, Jungs. Sieht er mich? Gerade so nicht, wa? Na, was ist? Geh. Geh wieder. Okay. Aber der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6... ...7, 8 Balken hat der. Okay, speichern wir erstmal. Hahaha. Ei, 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 ei. Der läuft auf jeden Fall hier lang. Also kann ich hier mich verstecken? Wait here. So. Der hat eine lautlose Waffe. Okay. Sieht er nicht? Ja, das war nix. Ne, das war nix. Da müssen wir nochmal anders probieren. Wahnsinn. Wir müssen eher auf, 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 Angriff schalten. Das ist schwer. Es ist schwer. Ich gehe alleine. Also dich kann man hier lassen. Und dich kann man vielleicht hier herschicken. Das sieht vielleicht ganz gut aus. Und jetzt. Ja, aber sobald ich schieße... ...wann wir sehen. Hi there. So, aber jetzt haben sie mich trotzdem entdeckt, ne? Oder? Oh, scheinbar nicht. Cool. Na, das ist ja cool. Oh, abspeichern, abspeichern. Äh, ich muss gleich mal die Taste für Schnellspeichern suchen. Warte mal. Lass mich mal kurz gucken, ob ich eine Taste für Schnellspeichern finde. Optionen. Steuerung. Inventar, Hinterhalter, Zuhörfähigkeiten. Shit. Hm, ich habe keine gefunden. Mist. Ist natürlich blöd immer wieder da. Äh, ich habe keineae. Ist doch her, Gott sei Dank. Ich liebe deine Zeit. Into dein Leben investet. 結果ła.